Willkommen zurück bei Die Bachelorette 2024. Es sind nur noch vier Jungs in der Villa. Wird einer von ihnen Lisas Herz erobern? Das erfahren sie heute. Warum hast du nicht gesagt, dass Lisa die Bachelorette ist? Ich wusste es nicht. Naja, vielleicht findet sie endlich einen guten Freund. Hauptsache es wird kein Jamal oder Markus. Danke für die Rose, Lisa. Kein Ding, Estefan. Ich freue mich schon darauf, dich besser kennenzulernen. Okay. Ihr könnt schon mal ins Wohnzimmer gehen. Was machen wir jetzt? Wir machen eine Runde Speed Dating. Und einer von euch gewinnt ein Date mit Lisa. Strengt euch also an. Okay, fangen wir an. In der nächsten Runde geht es um alles oder nichts. Jeder von den Jungs bekommt eine Minute mit Lisa. Wer von ihnen wird Lisa überzeugen? Und wer muss unsere Villa verlassen? Das erfahren sie jetzt. Okay, könnt anfangen. Vor euch sind ein paar Karten mit Fragen drauf. Wie lange geht das jetzt? Ihr habt eine Minute. Lisa, du kannst das Date jederzeit abbrechen. Dann kommt der nächste rein. Okay, alles klar. Habt ihr alles verstanden? Ja, ich denke schon. Okay, legen wir los. Und Action. Hey Mario, was geht? Alles gut und bei dir? Hier ist die erste Frage. Was ist dein Lieblingsessen? Ich mag Spinat. Du magst Spinat mehr als Cheeseburger? Ja, ich liebe Spinat. Nächster. War es einfach so? Welcher Mensch isst lieber Spinat als Cheeseburger? Krass, sie hat ihn einfach rausgehauen. Er mag keine Cheeseburger. Lisa würde niemals mit ihm zusammen sein. Woran hat es gelegen? Ich weiß es nicht. Lisa wollte einfach nicht mit mir reden. Wer mag denn kein Spinat? Das war wohl nichts. Vielleicht macht sie sich unser nächster Kandidat besser. Liebe Zuschauer, hier ist Estefan. Hallo, mi amor. Was ist dein Lieblingsessen? Burger, Döner, Pizza. Ich mag einfach alles. Okay, das ist schon mal gut. Was ist deine größte Angst? Soll ich das wirklich erzählen? Ja, du kannst mir vertrauen. Mein Corazon, es wurde gebrochen. Ich bin sehr verletzlich. Oh, das tut mir leid. Ich werde vorsichtig mit deinem Chorizo sein. Nächste Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Mit, natürlich. Ih, du bist ekelhaft. Nächster. Aber mi amor, mein Corazon. Ich hab Nächster gesagt. Was ist passiert? Das ist meine Schuld. Ich hätte nicht davon erzählen sollen. Lisa will einen starken Mann. Kein Weichei. Wow, diese Lisa ist hart. Aber sie ist auch fair. Hat unser nächster Teilnehmer vielleicht mehr Erfolg. Bitte begrüßen Sie Julian. Hallo Lisa, bist du bereit? Ja, fangen wir an. Dein Lieblingsessen ist... Burger und Döner. Was ist deine größte Angst? Ich mag keine Spinnen. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne natürlich. Wer isst Nutella mit Butter? Sehr gut. Bisher hat es noch niemand geschafft. Ich mag diesen Julian nicht. Irgendwie irgendwas führt er im Schilde. Ich kann es spüren. Was würden deine Freunde über dich sagen? Dass ich ein loyaler und korrekter Typ bin. Das ist gut. Darf ich dir auch eine Frage stellen? Na klar, schieß los. Bekomme ich heute eine Rose von dir? Das sage ich dir später. Aber du hast gute Chancen. Eure Zeit ist vorbei. Nächster. Es war sehr schön mit dir, Lisa. Das finde ich auch. Wir sehen uns später. Wie lief dein Date mit Lisa? Bruder, die Mädels stehen halt auf mich. Manchmal muss man einfach das sagen, was die hören wollen. Also hast du gelogen? Was denkt ihr denn? Hauptsache man erreicht sein Ziel. Ich wusste es. Wir müssen Lisa warnen. Dieser Julian ist nicht gut für sie. Das wird schwer. Sie hat kein Handy. Wow. Dieser Julian ist eine Flirtmaschine. Wer soll ihm widerstehen? Ein Kandidat hat noch die Chance, ihn zu schlagen. Liebe Zuschauer. Hier ist Emilio. Hallo Lisa. Darf ich mich setzen? Na klar. Was möchtest du wissen? Was würden deine Freunde über dich sagen? Dass ich ehrlich und hilfsbereit bin. Und was ist deine Lieblingsserie? Lieblingsserie? Ich schaue gerne Suits. Du schaust Suits lieber als Wednesday? Ich schaue beides gerne. Okay, das war knapp. Wie oft drückst du morgens auf Snooze? Gar nicht. Ich stehe direkt auf. Die Zeit ist vorbei. Ihr könnt beide gehen. Danke Emilio. Es war schön mit dir. Finde ich auch. Bis später. Wie ist dein erster Eindruck vom Date? Es war ganz gut. Aber es hätte besser sein können. Glaubst du, Lisa gibt dir eine Rose? Ich hoffe schon. Ich will noch nicht rausfliegen. Was jetzt? Du darfst jemanden auswählen. Mit ihm hast du ein Einzeldate. Wen soll ich nehmen? Die waren alle nett. Tja, Lisa. Du hast die Qual der Wahl. Nimm bloß nicht diesen Julian. Alle anderen waren okay. Nein, Mario ist voll langweilig. Hey, was schaut ihr da? Nichts, Schatz. Schaut einfach nicht hin. Warum ist Lisa schon wieder im Fernsehen? Sie ist die Bachelorette. Für wen wird Lisa sich entscheiden? Wer bekommt die Chance auf ein Einzeldate mit ihr? Ihr wart alle wirklich nett. Aber einer von euch hat mir besonders gut gefallen. Es ist Julian. Wir haben heute ein Date. Nein, nicht Julian. Er ist ein Lügner. Habt ihr noch Platz? Die Show ist echt gut. Klar, setz dich hin. Ihr könnt schon rausgehen, ihr zwei Turteltauben. Der Chauffeur wartet auf euch. Was machen wir denn? Ihr macht eine romantische Bootsfahrt. Alles okay. Du siehst so angespannt aus. Nein, alles gut. Gehen wir. Hast du deine Badehose eingepackt? Ja. Weißt du, ob die auch Schwimmflügel haben? Nein, wieso? Ach, einfach nur so. Okay. Steigen wir ein. Lisa geht mit diesem Typen echt auf ein Date? Das darf nicht wahr sein. Der Typ sieht viel zu gut aus. Ich muss etwas tun. Ich muss irgendwie in diese Show rein. Freust du dich auf unser Date? Ja, auf jeden Fall. Irgendwie siehst du nicht so aus. Wir müssen doch nicht ins Wasser, oder? Ich frage für einen Freund. Doch. Es ist ja der Sinn von dem Date. Ich glaube, wir sind da. Okay. Steigen wir aus. Da hinten können wir uns umziehen. Wir ziehen uns um und treffen uns beim Boot. Okay? Okay. Bis gleich. Willkommen bei die Bachelorette. Was kann ich für sie tun? Hallo, hier ist Markus. Kann ich noch mitmachen? Dieses Jahr ist es leider nicht mehr möglich. Aber du kannst dich für die Staffel nächstes Jahr bewerben. Ist Lisa da wieder die Bachelorette? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich will dieses Jahr mitmachen. Nicht nächstes. Du bist leider zu spät. Sorry. Sie verstehen das nicht. Ich bin Lisas Ex. Du warst mit der Bachelorette zusammen? Ja, schon viermal. Warte, bleib dran. Das könnte interessant sein. Du siehst gut aus, Lisa. Danke, Julian. Du auch. Gehen wir in das Boot? Ja, okay. Steig ruhig schon einmal ein. Das Ding wackelt aber ganz schön viel. Okay, dann gehe ich vor. Kommst du jetzt oder nicht? Okay, ich komme. Los geht. Ja, hallo? Chef, ich habe hier den Ex-Freund von Lisa am Hörer. Was will der? Ist er eifersüchtig? Er will noch bei der Show mitmachen. Normalerweise machen wir das nicht. Aber das könnte interessant werden. Wollen wir ins Wasser springen? Nein, auf keinen Fall. Warum bist du auf einmal so nervös? Du bist doch voll der lässige Typ. Weil etwas mit ihm nicht stimmt, Lisa. Du darfst ihm nicht vertrauen. Das ist nur, weil ich dich so mag. Ach, du bist so ein Charmeur. Was machst du da? Setz dich sofort wieder hin. Ich genieße nur ein bisschen die Aussicht. Bitte hör auf damit. Das Boot wackelt immer mehr. Lisa, halte mich wie ein Titanic. Was willst du von mir? Du sollst mich so halten wie ein Titanic. Komm schon. Die Zuschauer werden es lieben. Okay, aber nur für ein paar Sekunden. Dieser Julian ist echt schlimm, oder? Ich mag ihn auch nicht. Er hat mir gesagt, er ist nur wegen den Insta-Follower hier. Er hat kein Corazon. Er liebt Lisa nicht. So wie ich. Er hat trotzdem das Date mit ihr gewonnen. Vielleicht sollen wir ihr die Wahrheit sagen. Dass er ein Lügner ist. Nein, Amigo. Dann ist sie sauer auf uns. Meinst du so hier? Ja, genau so. Das Ding wackelt immer mehr. Ich kann dich nicht mehr lange halten. Wie viele Cheeseburger hast du gegessen? Hey, so etwas fragt man eine Frau nicht. Du musst mir helfen, Lisa. Komm einfach wieder ins Boot. Das geht nicht. Warum? Ich kann nicht schwimmen. Glaubt ihr, das ist echt? Das ist bestimmt nur Schauspielerei. Geht es dir gut, Julian? Wo bin ich? Was ist passiert? Du bist ohnmächtig geworden. Ich musste dich retten. Danke, Lisa. Bekomme ich trotzdem eine Rose von dir? Mal schauen. Am besten wir fahren zurück in die Villa. Ja, die anderen warten schon auf uns. Ein paar Stunden später. Wir sind wieder zurück, liebe Zuschauer. Jetzt erfahren wir, für wen Lisa heute eine Rose hat. Heute ist wirklich alles möglich. Sie hatte ein Date mit Julian. Aber das lief nicht nach Plan. Bleiben Sie unbedingt dran, denn am Ende haben wir eine kleine Überraschung für sie. Wer möchtest du als erstes eine Rose geben, Lisa? Emilio, diese Rose ist für dich. Danke, Lisa. Ich werde dich nicht enttäuschen. Versprochen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Emilio ist als nächster. Weiter. Wer bekommt die nächste Rose? Schmeiß endlich diesen Julian raus, Lisa! Stefan, das ist deine Rose. Danke, mi amor. Lisa hat nur noch eine letzte Rose. Wer wird sie bekommen? Julian oder Mario? Los, Lisa! Schmeiß Julian raus! Julian, diese Rose ist für dich. Das ist aber deine letzte Chance. Heißt das, ich bin raus? Sorry, Mario. Du bist halt nicht mein Typ. Sind wir fertig für heute? Warte, Lisa. Da kommt noch jemand. Hallo, Lisa. Markus, was machst du denn hier? Ich will dein Herz zurückerobern. Bitte gib mir noch eine Chance. Willst du Markus eine Rose geben oder nicht? Okay, Markus. Du bekommst auch eine Rose. Was für eine Überraschung. Lisas Ex-Freund Markus ist auch dabei. Wir sehen uns am Dienstag zur nächsten Folge. Frage an euch. Wer ist als erstes beim Speed-Dating? A. Emilio B. Estefan oder C. Mario Schreibe einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau, tschau.